So meine Freunde, jetzt gibt es hier das Video zu der Doppelentlassung quasi heute in der 1. und 2. Liga. Ihr habt es dem Titel schon entnehmen können. Es geht um Jan Sievert und es geht um Tim Walter bei Mainz und beim HSV entlassen worden. Und wir sprechen auch über mögliche Nachfolger, was denn da so im Raum steht und was ich mir vor allem beim HSV vorstellen könnte. Da steht ja noch vielleicht gar nicht so viel im Raum, was meine Meinung dazu ist. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Lasst vor allem auch ein Like da. Heute Nachmittag gibt es auch noch einen Bundesliga-Rückblick. Den werde ich mit Nico zusammen machen. Das ist immer schwierig, das abzustimmen mit zwei Leuten. Aber da werden wir sicherlich auch nochmal über Jan Sievert sprechen und im Talk morgen sicherlich auch über den HSV. Ob wir morgen einen Zweitliga-Rückblick schaffen, das werden wir sehen. Ich muss nämlich den ganzen Tag über arbeiten, nur dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Legen wir los mit Sievert. Ja, Mainz 05. Gestern wieder verloren. Da kommen einfach keine Punkte zustande. Man muss auch sagen, gegen Union beispielsweise äußerst bitter. Vielleicht verläuft das Spiel ganz, ganz anders, wenn sie da den für meine Begriffe völlig zu Recht den Elfmeter bekommen würden, wo Knoche ins Gesicht von Ajok tritt. Das sind dann immer so Kleinigkeiten, die laufen dann bei einem Klub, bei dem es eh nicht läuft. Die laufen dann eben einfach nicht. Aber sei es drum, jetzt haben sie bei einem zu starken VfB am Sonntag auch noch verdient mit 1 zu 3 verloren, wo auch wieder viel Pech war. Aber so schlecht spielen sie eigentlich nicht und jetzt muss Jan Sievert nach insgesamt zwölf Spielen gehen. Seine Bilanz liest sich natürlich auch nicht gut. Und im Endeffekt hat ja Heidel und der FSV Mainz auch keine andere Möglichkeit, als jetzt den dritten Trainer einzustellen und einfach nochmal einen Impuls zu setzen. Es ist eben so im Abstiegskampf, das muss nicht mal falsch sein vom Trainer, genauso wie bei Bo Svensson. Manchmal kannst du einfach dann nichts anderes mehr machen. Ich meine, sie haben ja auch viel gegeben, den Kader schon nach der ersten Transferphase im Sommer nochmal zu verstärken mit Spielern, die vereinslos waren. Unter anderem Giavogi jetzt im Winter nochmal Jessic geholt, ein Gangkamp plus auch Amiri. Und jetzt bleibt eben nur noch der Trainertausch. Jan Sievert hat in zwölf Spielen im Endeffekt auch nur einen Sieg geholt, gleich im ersten Spiel gegen RB Leipzig zu Hause. Und danach waren es dann sechs Unentschieden und fünf Niederlagen. Die ersten sieben Spiele hat er noch als Interimstrainer vollbracht. Da war man sich ja dann bei Mainz auch noch nicht so ganz einig. Machen wir jetzt mit Jan Sievert weiter oder holen wir doch jemanden erfahreneren oder vielleicht auch unseren damaligen U19, jetzt U23-Trainer. Man hatte sich dann für Jan Sievert entschieden, ihm auch einen Vertrag bis 2026 gegeben. Und jetzt revidiert man diese Entscheidung aufgrund von Erfolgslosigkeit. Mainz hat zwölf Punkte, ist auf Platz 17. Der 1. FC Köln, der jetzt vier Punkte aus den letzten zwei Spielen geholt hat, ist schon vier Punkte weg. Und das wäre ja nur der Relegationsplatz. Union ist schon neun Punkte entfernt. Und da bleiben noch 13 Spiele. Ich finde, der Kader von Mainz gibt auch einiges her. Ich finde, sie haben auch nicht so schlecht gespielt. Ihnen fehlt derzeit auch einfach das nötige Glück, meiner Meinung nach, in den Situationen oder über die ganze Saison schon. Und teilweise dann auch der Glauben an sich selbst. Der Kader ist gerade mit den Neuverstärkungen für meine Begriffe gut genug, um eben im Abstiegskampf auf jeden Fall nochmal mitmischen zu können. Und deswegen ist die Entscheidung auch nachvollziehbar. Auch wenn es natürlich dann immer ein bisschen fragwürdig ist, man hatte sich für ihn entschieden, hatte lange gerungen, ob man ihn eben behält. Und dann entscheidet man sich dafür. Wir können ja mal vorlesen, was Heidel zu der Entlassung sagt, der Sportvorstand. Wir danken Jan Siewart ausdrücklich für seinen Einsatz. Er hat die Aufgabe zu einem schwierigen Zeitpunkt mit viel Leidenschaft und Akribie aufgenommen und mit seiner Arbeit der Mannschaft gute Impulse gegeben. Diese haben sich allerdings leider nicht in eine grundsätzliche Trendwende oder Ergebnisse niedergeschlagen. Die Situation im Abstiegskampf hat sich in den vergangenen Wochen stattdessen für uns deutlich zugespitzt. Wir sehen in der Veränderung auf der Trainerposition jetzt leider einen notwendigen Schritt, um noch eine positive Wende herbeizuführen. Jan Siewart selber sagt, ich bedanke mich für fast vier Jahre bei Mainz. War ja vorher bei Huddersfield. Das ist ein besonderer Verein für mich. Viele Kollegen sind hier Freunde geworden. Ich habe gemeinsam mit meinem Trainerteam alles dafür gegeben, dass der Verein in der Liga bleiben kann. Leider hat uns auch das nötige Glück gefehlt. Ich wünsche der Mannschaft und Verein alles Gute und vor allem, dass sie die Liga noch halten können. Das ist auch mal bitter. Dann war der eigentlicher U23-Trainer bzw. Mainz 2-Trainer. Wird erstmal Interimstrainer, wird dann befördert zum Cheftrainer und jetzt muss er ganz aus dem Verein raus. Das ist dann auch immer die Frage, warum kann er denn nicht wieder die U23 oder so übernehmen. Auf jeden Fall wird auch schon über Nachfolger spekuliert. Das könnte wohl der jetzige U23-Trainer sein, der auch erst mit Ernennung von Jan Siewart zum Cheftrainer U23-Trainer geworden ist. Nämlich vorher U19-Trainer von dem Mainzern war und letztes Jahr auch A-Junior bzw. U19-Deutscher Meister geworden ist gegen Borussia Dortmund. Und das ist Benjamin Hoffmann. Der 44-Jährige hat, glaube ich, gestartet seine Nachwuchstrainer-Karriere bei Borussia Dortmund. Mit der U19 ist er übrigens auch zweimal Deutscher Meister geworden. Also der hat was nachzuweisen, gilt auch als guter Taktiker. Die Frage ist, ob er jetzt so eine Herrenmannschaft dann eben auch so motiviert bekommt oder so selbstbewusst bekommt, dass sie selbst wieder daran glauben, weil die Qualität ist da. Ja, und sie spielen für meine Begriffe teilweise besseren Fußball als manche anderen Mannschaften da unten drin. Aber seit Anfang haben sie halt die Seuche am Fuß. Er könnte es wohl werden, würde aber auch gleichbedeutend sein, dass man irgendwie den zweiten Versuch gleich zweimal in einer Saison macht. Also Nachwuchstrainer zum Cheftrainer befördern. Andersrum muss man sagen, Mainz hat das ja auch des Öfteren schon erfolgreich durchgeführt. Ob das ein Jürgen Klopp war, was natürlich Wahnsinn ist. Ob das ein Thomas Tuchel war oder auch ein Sandro Schwarz. Also die Trainerausbildung, der Nachwuchsbereich sowieso sehr, sehr stark. Bei Mainz sowohl mit den Spielern als auch mit dem Trainer. Vielleicht kann dann auch ein Gruder nochmal ein bisschen mehr abgehen, den ja Benjamin Hoffmann auch kennt noch aus der U19. Ich wünsche dem Mainz dann auf jeden Fall alles Gute. Am morgigen Dienstag soll wohl der neue Trainer vorgestellt werden. Dadurch, dass es jetzt so kurzfristig eben auch schon einen Ersatz gibt, spricht eben einiges dafür, dass es Benjamin Hoffmann wird. Interessant wird dann zu sehen sein, wer eben auch der Trainer von der zweiten Mannschaft von Mainz 05 wird. Ja, das zu Mainz 05. Tim Walter ist ja fast noch krasser, denn noch länger da gewesen, muss beim HSV gehen. Immer wieder musste er sich Kritik anhören, auch nicht ganz so unrecht. Ist jetzt im dritten Jahr beim HSV gewesen. Hat mit Sicherheit eine Spielkultur entwickelt. Auch einer der Gründe dafür, warum man so lange an ihm festgehalten hat, war mit Sicherheit, dass man einfach einen langfristigen Weg mit dem Trainer gehen wollte, wo man der Idee auf jeden Fall des Trainers folgen kann für den langfristigen Weg. Wie will man Fußball spielen? Aber nach nun drei Heimniederlagen in Folge und einem Gegentorschnitt von mittlerweile 2,25 in den letzten Spielen, hat man sich dann doch dafür entschieden, ihn jetzt von seinen Aufgaben freizustellen. Das Training leitet jetzt wohl erstmal der ehemalige Co-Trainer Merlin Polzin und der Torwarttrainer Sven Höhl. Noch ist nicht darüber gesprochen, wer das jetzt übernehmen wird, aber das war eigentlich auf Zeit. Man muss überlegen, eigentlich von den Punkten her, der HSV hat noch alles in der eigenen Hand. Wir haben den 21. Spieltag, die können safe noch aufsteigen. Andersrum sind jetzt gerade auf dem Relegationsplatz, aber so ist es halt in der Liga. Du startest halt nicht von Null, wenn du zweimal den Aufstieg verpasst hast, wenn auch in der Relegation als Trainer und das ist einfach beim HSV der Fall gewesen. Einmal Relegation gegen Hertha gescheitert, einmal gegen Stuttgart, die natürlich jetzt auch tollen Fußball spielen. Und jetzt in der Saison, wo ich als Außenstehender für meine Begriffe sage, der HSV hat den stärksten Kader der Liga individuell und spielt ja eigentlich auch einen guten Fußball, dann eben diese Balance zwischen Offensive und Defensive nicht hinzubekommen und immer wieder solche Partien drin zu haben, wo du zu viele Gegentore kriegst, wo auch viele individuelle Fehler dabei sind, wo man sagen kann, kann der Trainer nichts für, aber wenn du es halt nicht abgestellt bekommst, stehst du natürlich am Ende dann in der Verantwortung. Es ist schon nachvollziehbar und Jonas Bolt hatte sich ja noch vor der Winterpause dafür eingesetzt, dass Walter Trainer bleibt. Da hatte man das erste Heimspiel verloren gegen den SC Paderborn, vorher alle Heimspiele gewonnen, dann aber nochmal gegen Nürnberg auswärts gewonnen und dann hatte man sich entschieden, zumindest Jonas Bolt, dass er eben bleiben soll. Im Aufsichtsrat soll laut verschiedensten Medienberichten schon so der Tenor eher gewesen sein, warum trennt man sich jetzt nicht langsamer von Walter? Er ist schon angeschlagen oder angeschossen in die Saison gegangen und jetzt laufen wir wieder, Gefahr nicht aufzusteigen, obwohl die anderen Mannschaften auch nicht wirklich konstant spielen, außer vielleicht der FC St. Pauli und wir den besten Kader haben, der sicherlich auch nicht günstig ist. Ja und jetzt vier Spiele, nachdem Jonas Bolt sich für ihn eingesetzt hat, revidiert er seine Entscheidung. Wir können ja mal kurz uns anschauen, was er denn zu Tim Walters Entlassung gesagt hat. Er sagte nämlich, das möchte ich euch nochmal vorlesen, also wir können ja erstmal damit anfangen, was er direkt nach der Partie gesagt hatte, dem 4 zu 3 gegen Hannover, der hat im 3 zu 4 gegen Hannover zu Hause. Die Gegentore fallen viel zu einfach, wir hatten keine Abstände, die Herangehensweise, wie wir arbeiten, die müssen wir grundsätzlich hinterfragen. Natürlich spielt der Trainer eine ganz wichtige Rolle, so können wir nicht weiter spielen. Also das war ja schon, also jegliche Rückendeckung hatte zu diesem Zeitpunkt Tim Walter schon verloren und jetzt am Montag wurde dann eben die Entscheidung verkündet, die wahrscheinlich gestern Nacht getroffen wurde. Da sagte er dann nochmal, wir haben nach der enttäuschenden Heimniederlage eine Situationsanalyse vorgenommen und sind zu der Entscheidung gekommen, dass wir eine Veränderung vollziehen müssen, um unsere Saisonziele nicht zu gefährden. Ja, auf jeden Fall nachvollziehbar. Tim Walter ist traurig drüber, er hätte es gerne noch weiter gemacht, wünschte aber dem HSV trotzdem alles Gute. Tim Walter war ja sowieso so ein Typ, an dem sich die Geister schieden. Also er hat schon attraktiven, er hat auch vor allem mutigen, mitreißenden Fußball gespielt und stand für eine Fußballphilosophie, das muss man ihm schon attestieren. Trotzdem hatte der HSV eigentlich immer so mit einen der besten Kader und er hat es halt nicht geschafft aufzusteigen und das Ziel ist wieder gefährdet. Plus in der Außendarstellung auch nicht der Beliebteste, sehr, ja, sag ich mal, polyvalent die Meinungen über ihn. Oder da gab es immer so, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Manchmal wirklich fragwürdige Pressekonferenzen, aber irgendwie auch ein selbstbewusster Typ, der komplett an seiner Spielphilosophie festhält, eigentlich wünschen wir uns ja sowas. Und eigentlich muss ich auch sagen, hat der HSV mal das gemacht, was wir ja sonst immer bemängeln an Klubs, dass sie nicht lange einem Trainer Zeit geben, etwas zu etablieren, sondern es geht immer nur um kurzfristigen Erfolg. Das kann sich der HSV für meine Begriffe nicht vorwerfen lassen. Aber mit diesem Kader musst du für meine Begriffe eigentlich, vor allem weil du ja die zweite Liga kennst, weil du eingespielt bist, weil du nur nochmal Spieler dazubekommen hast, keine Spieler verloren hast, das Spielsystem kennst. Mit diesem Kader musst du mit Abstand in dieser Saison auf Platz 1 in der zweiten Liga sein, ganz einfach. Und das ist eben nicht gegeben, plus diese Gegentorflut. Deswegen ist es schon nachvollziehbar, auch wenn natürlich dem HSV in der IV vielleicht auch einfach Qualität fehlt. Schoenlau ist immer wieder verletzt oder langfristig verletzt. Man hatte sich im Winter noch um einige Innenverteidiger bemüht, zum Beispiel David Siemer, die dann aber nicht gekommen sind. Das ist vielleicht dann noch ein Punkt, den man für weiter sagen kann. Aber jetzt trennt man sich. Jetzt ist die Frage, wer übernimmt das jetzt? Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, ich weiß nicht, ob das sogar ein offizielles Gerücht ist, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Steffen Baumgart das macht. Also der würde eine andere Herangehensweise haben. Ich finde schon, dass er eine Mannschaft besser macht. Ich weiß nicht, wie langfristig das ist. Er ist sehr über Mentalität. Er würde sehr nach Hamburg passen. Er würde die Leute begeistern, sicherlich auch die Mannschaft begeistern. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er auch mit dem HSV aufsteigt und vielleicht sogar in der ersten Liga bleibt. Für eine ganz, ganz langfristige Entwicklung, die ja der HSV schon sehr oft hin weiter ausgerichtet hat, auch vieles im Jugendbereich und so weiter, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist, weil wir zuletzt ja auch bei Köln wieder gesehen haben, irgendwann nutzt sich dieses Extreme auf Motivation gehen, auf Intensität gehen. Das nutzt sich halt irgendwann ab, wenn gleich der FC Köln sowieso halt auch nicht so den besten Kader hat. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das würde sehr passen. Ich glaube, er hätte auch Bock drauf. Der HSV, das darf man auch nicht vernachlässigen. Das ist ähnlich auch bei Hertha und Schalke, wo man dann selber als Fan immer denkt, ey, wer hat denn Bock, den Verein noch zu trainieren? Das unterschätzt man total. So eine Aufgaben von so einem großen Traditionsklub, und der HSV ist ja ein riesiger Club mit einer krassen Historie, da haben die Leute Bock drauf auf solche Projekte, zumal der HSV auch das nötige Kleingeld für einen Zweitligisten noch hat, wo du auch was aufbauen kannst. Und ich glaube, ich kann es mir sehr gut vorstellen, wer weiß, vielleicht spekuliert Baumgart auch langfristig im Sommer auf einen Job bei Union, ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen und ich könnte mir auch vorstellen, dass das kurzfristig, mittelfristig zum HSV sehr gut passen könnte. Wir haben ja hier einige HSV-Fans. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wem würdet ihr euch als Trainer wünschen und was glaubt ihr denn, wer der neue HSV-Trainer wird? Vielleicht wird es auch wieder mal der schöne Bruno, Bruno Labbadia. Der wäre auch mal wieder frei zu haben. Aber Baumgart hat ja auch schon mit dem SC Paderborn beispielsweise gezeigt, wie man aufsteigen kann. Also auch dahingehend Erfahrung. Und du brauchst natürlich jetzt einen Trainer, der zum einen eine eigene Spielphilosophie hat, plus du brauchst einen Trainer, den du im Best Case nicht gleich wieder entlässt, wenn du in der ersten Liga aufgestiegen bist, sondern dich möglichst im ersten Jahr dann auch mal halten kannst. Und ja, da bin ich gespannt, wie sich der HSV entscheidet, wann diese Entscheidung vor allem kommt. Denn am Samstag, glaube ich, ist es, ja, Samstag, muss der HSV schon nach Rostock. So eine Mannschaft, die zu Hause sicherlich um jeden Punkt kämpfen wird, absolut im Abstiegskampf ist. Das ist der einzige Vorteil, den der HSV hat. Gräuter Fürth ist gestern gestolpert gegen uns, gegen Hertha. Und da sind halt kaum Mannschaften konstant oben. Genauso wie Düsseldorf etc. Deswegen sind sie ja immer noch auf Platz 3. Und auch St. Pauli ist immer noch in Reichweite, weil sie jetzt am Wochenende wieder verloren haben. Also es ist ja noch alles drin. Aber jetzt die Zeit Anfang des Jahres, wo der HSV immer stolpert, ist auch jetzt Krise, denn Tim Walter musste gehen. Ich kann es nachvollziehen. Ich bin auch gespannt, wie es mit Bolt weitergeht, ob der jetzt kritisch hinterfragt wird. Ich an sich als Außenstehender fand Walter nicht so schlecht wie manche HSV-Fans. Aber im Endeffekt zählen die Ergebnisse, Entwicklungen hin oder her, Vereinsausrichtung hin oder her. Am Ende musst du mit so einem guten Kader bessere Ergebnisse erzielen und nicht immer wieder einbrechen. Und das ist jetzt schon über Jahre auch mit unterschiedlichsten Spielern der Fall. Also kann man es auch nicht nur auf die individuelle Qualität in der IV vielleicht schieben. Und auch vor allen anderen Positionen. Also gerade, wenn du dir zentrales Mittelfeld anguckst mit Benesch, Reis und Frey. Also bei aller Liebe. Das ist fantastisch für die zweite Liga. Das ist top, top, top zweite Liga. Plus noch ein Stürmer wie ein Latze, Van der Bremse. Brauche ich gar nicht alle aufzählen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Zu Mainz können wir vielleicht auch nochmal sagen, was die nächste Aufgabe der Mainzer ist. Die haben nämlich wieder ein Heimspiel. Und da geht es gegen den FC Augsburg. Das ist eigentlich auch schon wieder so ein Spiel wie gegen Union. Und da hilft nichts anderes für die Mainzer als ein Sieg. Der HSV will sicherlich auch einen Auswärtssieg einfahren in Rostock. Mal gucken, ob das schon mit einem neuen Cheftrainer dann der Fall ist. Gerne mal eure Meinung zu beiden Trainerentlassungen in die Kommentare. Wen würdet ihr euch wünschen als Trainer? Und wer glaubt, ihr könnte Trainer bei beiden Mannschaften werden? Und ansonsten sprechen wir später nochmal im Bundesliga-Rückblick darüber. Und natürlich morgen in unserem Talk um 21 Uhr auf KNIFE. Danke fürs Zuschauen. Gerne ein Like da lassen. Macht's gut und ciao.